kurz nach null die straßen sind spiegeglatt fahrt vorsichtig hier fallen jede menge bäume um es drohen auch mehrere bäume über die fahrbahn zu fallen und aufgrund des disco betriebes in absprache mit der bereitschaft tiefbauamt machen wir jetzt hier die straße zu am büren winzen altenzelle zelle hauptwache also viele feuerkräfte unterwegs hat nacht fahrt vorsichtig so 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 Untertitelung des ZDF, 2020